Sehr schön, dass Sie gekommen sind mit Ihrem Problem. Das ist schon mal der erste Schritt bei Ihrer Krankheit, dass Sie es geschafft haben, zum Arzt zu gehen. Ich muss Ihnen sagen, ich würde es so einschätzen, Sie haben eine leichte Depression und ich bin von Ursprung homöopathisch. Ich würde sagen, man sollte Gleiches mit Gleichem behandeln. Deswegen empfehle ich Ihnen das Buch Nina Weyers, auf Deutsch, die Konsequenzen. Ich habe selber damit schon mal eine leichte Depression geheilt. Sie brauchen da auf jeden Fall eine Krankschreibung, ungefähr eine Woche. In drei Tagen haben Sie das Buch durchgelesen und dann entwickelt sich die leichte Depression zur Melancholie. Dann müssen Sie danach etwas Schönes unternehmen und dann ist die leichte Depression vorbei und können Sie eventuell auch wieder arbeiten gehen. Es sei denn, ich muss Sie für ein weiteres Buch krank schreiben. Dann können Sie natürlich gerne nächste Woche wiederkommen. Ich schreibe mal auf Ihr Rezept. Ich glaube, der Code ist F30 für Ihren Arbeitgeber, damit Sie wissen, Sie sind jetzt krankgeschrieben, um die Konsequenzen zu lesen. Gute Besserung! Gute Besserung! Gute Besserung! Gute Besserung!